Wir haben das alle befürchtet, doch jetzt ist es Wirklichkeit. Die Bundesregierung setzt beim Bürgergeld 2024 den Rotstift an. Ob ihr persönlich betroffen seid, erfahrt ihr in diesem Video und auch, was ihr wissen müsst, um euch davor zu schützen. Da sind Details dabei, die haben selbst uns überrascht. Liebe Freunde, ich bin Dr. Urs Anhalt von gegen Harz. Jetzt gucken wir uns mal ganz genau an, was 2024 als Leistungsberechtigte auf euch zukommt. Beginnen wir mit einem Paukenschlag. Der gerade erst eingeführte Bürgergeldbonus wurde direkt wieder einkassiert. Dieser Bonus sollte ein Anreiz sein, an Maßnahmen des Jobcenters teilzunehmen und so die Chance am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Was bedeutet das jetzt für euch? Wenn ihr in einer Maßnahme drin seid, dann erhaltet ihr diesen Bonus weiterhin. Wenn ihr jetzt aber neu in eine Maßnahme einsteigt, dann bekommt ihr den Bonus nicht mehr. Das Weiterbildungsgeld haben sie uns noch gelassen. Wie lange steht in den Sternen, aber die 150 Euro, wenn ihr eine Weiterbildung macht, die zu einem Berufsabschluss führt, die bleiben erst mal erhalten. Strafen, um zu sparen, lautet offensichtlich die Devise der Bundesregierung. So wurden im März Totalsanktionen eingeführt, um damit das Loch im Haushalt zu stopfen. Alles, was ihr zu Totalsanktionen wissen müsst, haben wir hier im Video verlinkt. Was kommt noch auf euch zu? Die Karinszeit läuft aus. Sie gilt nämlich jeweils nur für ein Jahr. Die Jobcenter versenden jetzt massenhaft Aufforderungen zur Kostensenkung bei der Miete und der Heizung. Was das genau bedeutet, das habe ich hier in diesem Video erklärt. Die Bundesregierung will also sparen. Und wo tut sie das? Bei den Ärmsten der Armen. Die Angriffe gegen Leistungsberechtigte sind massiv. Die Einsparungen sind aber extrem gering. Sie haben uns das mal angeguckt und dachten, wir gucken nicht richtig. Diese gesamten Kürzungen beim Bürgergeld würden lediglich 0,06 Prozent des Haushaltes ausmachen. Bedeuten aber für die Leistungsberechtigten bei Totalsanktionen 100 Prozent 0,0 nichts. Was könnt ihr jetzt tun, wenn das Jobcenter eure Leistungen nach unten drückt oder euch Sanktionen aufpresst? Am besten ist es, sofort die Bürgergeldbescheide zu prüfen. Erwerbsloseninitiativen bieten euch an, solche Bescheide der Jobcenter kostenlos zu prüfen und helfen euch auch, dabei Widerspruch einzulegen oder vor das Sozialgericht zu gehen. Ihr könnt solche Bescheide aber auch online prüfen lassen. Wir bei Gegenharz bieten euch diese Möglichkeit und haben das in der Videobeschreibung verlinkt. Wir von Gegenharz stehen auf eurer Seite. Wenn ihr also Trangsalierung der Jobcenter erfahrt oder von Schweinereien der Jobcenter erfahrt, den andere ausgesetzt sind, gebt uns Bescheid. Wir machen sowas öffentlich. Ihr seid nicht rechtlos. Je besser ihr euch informiert, desto besser könnt ihr euch wehren. Deshalb abonniert unseren Kanal, damit ihr auch in Zukunft auf dem Laufenden bleibt. Damit unterstützt ihr auch unsere Arbeit für soziale Rechte. Hinterlasst einen Kommentar und sagt, was ihr von diesem Video haltet, beziehungsweise teilt eure Erfahrungen mit uns. Ich lese mir jeden einzelnen davon durch. Ich freue mich, euch wieder wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Urs Anhalt. Tschüss. Wir wollen euch. Sie haben nicht richtig보를 reading? Ich liue oft im Englern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020